Wir wollen hier ne schöne Aufnahme machen, ne? Das ist die MZ-Co-Player. Guck mal, gleich drei auf dem Haufen. Guck mal, da vorne, da. Die lila Abwehr. Okay, wer ist es, wer ist es? Bis jetzt sind es drei Leute mit nem Twitch-T-Shirt. Dahinten ist der Nächste. Ja. Sind ja alle vier auf dem Haufen. Das ist doch cool. Ja, der Killer kommt, auch so ist nicht, ne? Oh ja, da kommt der Ghostface. Ehrlich? Oh ne. Das sagt ich. Ja, aber wieso kann ich ihn nicht? Ich hab ihn aufgedeckt. Ich dachte schon, wieso kann ich ihn nicht aufdecken? So weiter gehts. Alter, ist das ein cringe, ey? Ist das ein cringe, er kommt zurück, er kommt zurück. Er stockt, ne, er läuft einem nach. Ich guck mir das mal an. Ich find das sehr unterhaltsam gerade. Komm mal hier rechts zu diesem Steinbau, da ist der nächste Gen. Kann ich grad nicht, muss mir angucken, wie die da fangen spielen. Das ist so gut. Komm mal zum anderen, also das andere Ende der Map genau gegenüber. Da geh ich jetzt in der nächsten Gen. Ja, ja, mach mal. Ich tu mir jetzt koordinativ durchbauen. Ja, ich muss gerade Zeit verschwenden. Ich hab mir das jetzt einfach mal ein bisschen angeguckt. Du kannst ihn ruhig bei mir abschmieren. Ich hab keine Ahnung, wo du willst. Direkt neben dir. Mach eine Rechtskurve. Bin an den Steinen. Ja, sauber. Ja, ja, ist sauber abgeschmiert. Ja, 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 ja. Hat aufgehört zu chasen. Ich bin ihn los. Ich komm so hart hier runter. Es ist so gut. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber er guckt mich an. Das find ich nicht gut. Ich weiß nicht, von wo aus er mich stalkt, aber er stalkt mich. Da ist er. Wir machen gerade ein Stalking-Duell. Oh, oh. Ich glaube, ich hab verloren. Nee. Doch, ich hab verloren. Ich schwere euch treten. Wie die Romharzen, Alter. So, nächster Dennis fertig. Ja, aber er kommt nicht zu mir. Ja, geh zu mir. Wärts wahrscheinlich zu. Nee, nee, er kommt jetzt. Er hat mich verloren. Der Typ ist so lost. Ich mach doch mal den nächsten Gen, ne? Joa, kannst du gerne machen. Der Typ ist so lost. Na, dann tu ich dir so. Ja, gut. Ja, ich mein, ich war gestalkt, aber es war so gut mit ihm. Das war so gut und schön. Oh, er blockt die Gents hier. Oh Gott, das war so schön. Oh, was hat denn der dabei? Superspeedboost, ey. Ähm, das war ja absolut unnormal. Und das ist ein Dings aus dem Halloween-Event. Barbecue und Chili wahrscheinlich. Er ist unten. Doch. Welches Perk ist denn das? Das ist kein Perk. Oder welcher Zusatz? Das ist ein Item. Leute, ist das euer Ernst, dass ihr mir den jetzt hier gerade an die Backen geschmiert habt, ne? Wow, echt? Ich krieg noch den Bodyblock? Was soll'n der Unsinn? Dankeschön. Was ist denn das für ein Anti-Made-Verhalten? Nee, du bist einfach ein Anti-Made, Junge. So. Und nicht anders, doch. Das war einfach nur Anti-Made von dir. Du bist stehen geblieben. Nein, ja. Seh'n dich, Justin. Dein. Bodygaming. Komm, Sadie. Okay. Dafür hast du dir zumindest mal einen nicht ganz so schlecht gekauft, mein Lieber. Aber peinlich ist es trotzdem. Oh, Mann. Nee, 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 nee. Du bist stehen geblieben. Und alle auf YouTube und Twitch und in ICQ werden mir das bestätigen können. Ja, 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 ja. Nicht betätigen. Du hast nichts gesehen. Doch, ich seh' den Stream auf meinem dritten Monitor. Ja, auf meinem dritten sogar. Ja, er hat ein drittes Bein und einen dritten Monitor. Achso, um genau zu sein, im Fernseher. Ja. Er ist immer noch in der Mitte unterwegs. Ja, ist schön. Hi. Hey. Ich bin an einem Jen in der Ecke am Haus. Okay, jetzt müssen wir vielleicht doch noch mal... Alter, really, nigger? Hey, 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 hey. Ja, hast du gerade gemacht? Echt, ey, Marc. Jetzt hängt er an mir dran, Alter. Richtig nett. Hallo. Hallo. Wir verwirren ihn, Alter. Bist in ein paar mehr Gestalten. Ihr wisst, dass es nicht nur ums Spielen mit dem Killer geht, ne? Wir müssen schon noch auch irgendwann die Runde gewinnen. Ich bin hier der Produktivste, Alter. Du bist nicht produktiv, du sagst hier Schimpfwörter. Das ist nicht gut. Ich habe gerade den Jen und den anderen Jen gemacht. Nee, nee. Ich bin auch Bodyblock rein dran, genau. Du wurdest da nicht mal getroffen. Also, ich stehe an der Ecke und... Bin ich schon noch gechased, aber dafür, glaube ich. Ja, ich stehe an der Ecke von dem Haus. Du kannst einfach einmal drum rumlaufen und kannst ihn abschmieren. Ich finde das so gut, wie wir vorher noch sagen, oh je, wenn wir jetzt alle dunkles Reagenz mitnehmen und das Ghostface wird, wird's blöd. Ja, es hat nur eine dunkle Reagenz dabei. Die hat eine düstere Reagenz dabei. Nur eine hat eine düstere dabei. Ja, ja, aber guck dir mal an, wie krass das auf der Map schon wirkt. Ja. So, Ausgang ist offen. Beziehungsweise, Ausgang ist aufmachbar. Ich geh zu dem bei der Killer-Check. Ja, komm schon, komm schon. Ach man, jetzt kämmt der Spaß. Nein, jetzt haut doch mal nicht eine Beleidigung nach der anderen raus, Mensch. Das ist nicht schön. Aber er kämmt. Ja, das ist ja okay. Ja, natürlich ist das nervig. Achtung, wer da auch immer hinten steht, der kommt. Ja, ja, Ausgang. Lahm hat sich erst mal geheilt. Ich prepp den anderen Ausgang und dann holen wir dich. Achtung, er kommt. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, warte, 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 warte. Ist das wieder so ein Anti-Made, Dude? Ja, wow. Ja, gut, JB. Du bist geheilt, Adrenalin läuft. Dann Ausgang. Ja, was soll ich sagen? Macht einer auf, macht einer auf. Ja, 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 kommt zur Killer-Check. Oder zu dem, wo er stand. Ist auch egal. Meiner ist offen. Ich mach den hier hinten noch auf. Ist er offen? Stehst du im Ausgang drin? Achtung, er sprintet zu dir. Ja, ich weiß. Hängst du ihn ab? Ja. Sauber. Okay, ja, ich musste. Ja, ja, ist okay. Müssen wir nur gucken, dass wir dem... Team-Mate hier... Ist Ghostface bei dir? Wir können... Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Warte eigentlich auf meinen Maid. Wir sind alle da. Und alle durch. Ich schau dich jetzt an. Besiegt von Twitch, Alter. Geniale Runde. Das hat Spaß gemacht.